Der von uns allen geliebte Captain America kam während des versuchten Diebstahls dieser Technologie ums Leben. Tausende weitere Unschuldige starben und unzählige sind gezeichnet von den Ereignissen des A-Days. Hunderte erkranken und wurden in seltsame Kokons gesperrt, aus denen sie mit gefährlichen weltfremden Kräften wieder hervorkamen. Ohne eine bekannte Heilung hat sich die Krankheit im ganzen Land ausgebreitet und während sowohl S.H.I.E.L.D. als auch die Avengers versprachen, die Situation zu bereinigen, war es Dr. Benners Aussage, die das Ende einer Ära herbeiführte. Ihre sogenannten Helden haben San Francisco in eine hochinfektiöse Quarantänezone verwandelt. Sie haben mächtige Wesen entfesselt, die unsere Nation verwüsten. Viele Kranke lauern noch unter uns, unidentifiziert. Also frage ich Sie nochmal, Dr. Benner, sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Ja. Ihre Aktivitäten wurden verboten und die einst mächtigen Helden gingen verschiedene Wege, aber aus der Tragödie wird Hoffnung geboren. Nach der staatlichen Auflösung von Stark Industries glaubt Dr. George Talton, selbst ein Opfer des A-Day und Gründer von Advanced Idea Mechanics, dass Wissenschaft die Lösung für die Probleme unserer Nation ist. Ich wünschte, ich wüsste, was Captain Rogers widerfahren ist, aber ich war weit vom Reaktor weg. Ich hab keine Antworten, aber eins verspreche ich Ihnen. Ich werde dank dieser zweiten Chance für Ihre Sicherheit sorgen. AIM findet ein Heilmittel für die Inhuman-Krankheit. Tröstende Worte an die Familien, die von der Krankheit zerrissen sind. Aber ist er zu selbstbewusst? Viele kritisieren die Taktik von AIM. Diese sogenannte Resistance-Armee wird jeden Tag stärker. Ich bin Phil Sheldon und berichte live vom A-Day-Jubiläum. Sie wollen einfach nicht sehen, was wirklich passiert. Jetzt kommt schon. Wo seid ihr denn hin? Es muss hier einen Hinweis geben. Hallo ihr. Wenn ihr es rausfindet, kopiert alles. Wir finden euch dann. So ist es besser. Wow. Retro-Stag. Können wir kurz reden, Beta? Ja, klar. Die Mädchen brechen bald zur Moschee-Freizeit auf. Es ist noch nicht zu spät, mit ihnen mitzufahren. Das war heute? Kamala, wir haben das besprochen. Auf die Freizeit mitzufahren ist die Gelegenheit, hier rauszukommen. Mal durchzuatmen, zu lachen. Nakia wird sehr enttäuscht sein, wenn du nicht fährst. Du hast recht. Ich überleg's mir. Gut. Sehr gut. Sie haben auch Eiscreme. Oh, und das Beste ist, es gibt keine Jungs, also viel Spaß. Ich hab dich lieb. Ich dich noch mehr. Aber du verstehst nicht. Okay. Wo waren wir? Passwort-Hinweis. Erste Liebe? Hm. Oh. Oh. Gott. Was? Oh. Komm schon, Kamala, du schaffst das. Oh, klar. Ja. Verdammt. Kommt schon, Jungs. Oh, nein. Das kann doch nicht. Oh mein Gott, ich bin drin. Ich bin drin, ich... Ich glaub's nicht. Oh. Ja. Alles kopieren. Gesegnet sei dein Riesen-Ego, Tony Stark. Was ist das? Nicht, nein. Nein, nein, nein. Oh. Gesperrt. Ich weiß, dass hier ist was. Ich muss ins Hauptquartier. Da hab ich wohl jemanden aufgescheucht. Ich muss zum Hauptquartier und rausfinden, was auf dem Stick ist. Ja, und damit... Hallo und herzlich willkommen zu... Zurück zu Marvel Adventures. Und ich sterbe schon fast hier in der ersten Szene. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich nicht lieber von diesen Drohnen da fernhalten soll. Aber ich glaube, ich muss hier rüber, oder? Ich schau mal eben nach. Da hinten muss ich hin. Okay, ähm... Drücke A. Ja, wahrscheinlich im Sprung. Hoffe ich zumindest. Okay, gut. Okay. Wir lernen unsere Umgebung ein wenig genauer kennen. Das ist doch schon mal... Schön! Wenn ich denn auch immer darauf gefasst wäre, dass ich überall runterfallen könnte. Oh Gott. Okay. Ist jetzt meine zweite Folge, die ich aufnehme. Drücke A, um auf Mauern zu klettern. Können wir hier hoch? Das sieht so... Ah! Okay, wir haben eine... Du wolltest mich jetzt gerade nicht überwachen, oder? Wir haben eine, ähm... Fähigkeit erhalten. Ich vermute mal, durch dieses komische grüne Zeug, was wir da bekommen hatten. Ne, wir müssen in die Richtung, ne? Sollen wir nicht lieber hier drüber springen? Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das möchte. Ja, okay, perfekt. Wo geht's denn hier weiter? Okay, ähm... In den Container, da muss ich rein. Wow, okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bleib stehen. Ich hab einen Comic gefunden. Ja. Warum nicht, ne? Die können ja auch mal eben so auf dem Dach liegen, oder so. Hey, guter Tipp von mir. Cap marks the spot. Okay. Ähm... Muss die Rampe abstützen. Gut. Hier hab ich jetzt aber erstmal was, was ich... Ach, benutzen soll. Okay. Ähm... Ja. Ich würd's gerne benutzen. Ich muss es gedrückt halten. Okay. Muss man ja alles erstmal wissen, ne? Wir sind ja quasi noch in der Einführung, würde ich jetzt mal behaupten. Ach, danke für die Unterstützung. Okay. Was haben wir hier? Ja? Wir müssen auf jeden Fall da hinten rum. Mal schauen, wie wir da jetzt rüberkommen. Oh je. So geht's. Ja, das ist richtig. So geht's. So geht's vor allen Dingen viel einfacher, als ich mir gedacht hatte. Nein. Halt es gedrückt. Halt es gedrückt. Halt es gedrückt. Das ist eine, oder? Okay. Können wir uns noch angucken. Da haben wir noch was. Ah, wieder ein neues Comic. Wahrscheinlich müssen wir eine ganze Comic-Sammlung nachher haben. Muss ich das nach vorne oder nach hinten bewegen? Ich weiß es gar nicht. Moment. Ist da oben was? Ach, da können wir hochspringen. Aha. Ja. Ja, das kann ich verstehen. Aber hier war gerade noch irgendwo was da. Wenn jemand versucht, mich aus der Distanz zu kriegen, bin ich im Vorteil. Elastische Arme for the win. Ja. Perfekt. Zanz. Worum er das jetzt heißen mag. Okay, ich schätze mal, wir müssen das jetzt noch ein Stückchen zurückziehen, wenn das geht. Damit wir da oben nicht... Okay, ja. Ich denke mal, das wird es sein. Okay. Ein Laptop ist da hinten. Den sehe ich schon mal. Aber ich will eigentlich gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist. Jersey City. Ein Sammelobjekt. Okay. Hier oben ist noch was. Wenn Abo die sieht, wirft er sie weg. Er glaubt immer noch, sie sind schuld an dem, was mir am A-Day passiert ist. Oh ja. Also der Vater scheint darüber Bescheid zu wissen. Jersey City Sammelobjekt. Ist hier noch irgendwas drin? Nee, es sieht nicht so aus. Gucken wir uns das hier nochmal an. Was ist das denn? Spottet. Was ist Tony Stark at the AIM Conference? Okay. Ah, das sind wohl die anderen Superhelden in Spee, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Okay. Okay. Dann lass mal sehen. Die Chimera. Das muss die Videoüberwachung des Reaktors sein. Dr. Tartan. Aber der sollte doch auf dem Kommando Deck sein. Ah, Cap. Was ist da los? Niemals. Tartan hat ihn eingesperrt. Es gab keine Fehlfunktion. Er hat Cap getötet. Oh Gott, er hat Cap getötet. Was? Tiny Dancer? Oh nein. Heroes Park? Ah. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine Falle. Und wenn es keine ist? Jemand sollte sich das ansehen. Sei einfach klug, Kamala. Übergebe die Beweise und es ist erledigt. Okay. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist tatsächlich eine Falle. Was ist denn das Rote da hinten? Ich fürchte, dass das nichts Gutes ist. Okay, also er zeigt mir irgendwie an, ich soll runter. Aber soll ich da jetzt rüberspringen? Achso, da. Einen anderen Weg finden, okay. Okay. Da haben Sie keine Fenster? Okay. 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 abgeschlossen. Keine Inhuman-DNA gefunden. Danke für Ihre Mitarbeit. Wenn Sie uns Ihre Meinung zu Ihrem heutigen Scan mitteilen möchten, kann ich auf der AIM-Modelle an einer Unfrage teilen. Oh je je. Ist das wirklich passiert? Pst, siehst du? Keine Inhuman zu? Bestimmt nur eine zufällige Inspektion. Jaja, genau. Eine zufällige Inspektion. Genau so ist das. Da können wir hoch, ne? Ja. Hallo. Hier war doch gerade noch irgendwas. Jetzt ist es nicht mehr da. Da können wir rüber, ne? War das jetzt sehr schlimm? Ich weiß es nicht. Ich muss in die Richtung, also denke ich mal, soll ich hier hochspringen? beim Taten, beim Kommandodeck lügt. Wer weiß, bei was er sonst noch alles lügt. Ich bin nicht gerade erschrocken. Okay. Alles gut, alles gut. Ich denke, das war der Weg, den ich nehmen sollte. Da war doch gerade irgendein Geräusch. Wann war das hier? Ja. Spark. Okay. Ich weiß nicht, ich höre die ganze Zeit jemanden. Ja, kann ich nachvollziehen. Der erste sogenannte Inhuman. Wow. Schon vier Jahre her. Okay. Das ist also die gesperrte Zune. Was denn hier? Wahrscheinlich nicht. Ähm. Aber ich muss irgendwie da rein, auf jeden Fall. Okay. Ja. Hier nicht. Ich habe gedacht, das wäre hier, aber okay. Wir sollen die doch beobachten. Wir sollen da nicht direkt da hingehen. Deswegen. Das ist zu lange her. Ja. Soll ich die jetzt beobachten oder soll ich jetzt da hin, Leute? Ich soll doch da hin. Okay. Also ich sehe auf jeden Fall jetzt erstmal niemanden hier. Aber das heißt ja nichts, weil irgendjemand wird ja hier sein. Ah. Ah. Hey, hey, hey. Wo willst du hin? Nach Hause. Wirklich? Jetzt schon? Hey. Willst du einen Drink? Nein. Nein, danke. Was? Da weißt du deinen Respekt. Ich nehme nur eine Abkürzung. Das ist alles, Leute. Eine Abkürzung. Komm schon. Verschwinde da. Klar. Cooles Feuerzeug. Du willst, dass sie zurückkommen, he? So, dass sie mehr von uns töten können? Was? Nein. Nein? Nein? Nein. Was denn dann, hm? Stehst wohl auf den Humans. Kommt schon, Leute. Scheiß am Party-Sacken. Hört auf! Alles in Ordnung? Der Kerzenjunge hat eine Freundin. Zack, check mal ihre Tasche. Was? Was ist bloß los mit euch Typen? Ich will nur nach Hause, okay, Mann? Mann, was soll denn das? Mein kleiner Bruder war beim A-Day. Er schrieb irgendeinen blöden Scheiß über Captain America. Das war nicht Cap's Schuld. Das ist alles ihre Schuld. Er ist ein lila Freak geworden. Und dann haben sie ihn entführt. Beruhig dich. Zack, es reicht, Mann. Jetzt ist er tot. Er ist tot. Zack. Ich lasse er aufhören. Pass auf. Sie ist eine von denen. Halt dich fern von ihr. Wir müssen weg. Alter. Alles okay? Komm, lass uns verschwinden. Fass mich nicht an. Was? Du bist doch Tiny Dancer, oder nicht? Was soll ich damit machen? Wovon redest du? Bitte, lass mich einfach gehen. Äh, ja. Kann ich hier erstmal stehen bleiben? Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt überhaupt trau... Achso, da hinten. Okay. Ja, dreh dich, dreh dich. Genau. Ich denke mal... Mädel, versteckst du dich selber automatisch? Wo die hinwollen, geh ich nicht hin. Kein Anzeichen von Flüchtigern in Human. Ja, stell dich noch ein bisschen höher hin. Kommen da noch welche? Oh Gott. Oh, okay. Ich muss nach rechts, hab ich gerade gesehen. Ja. Wie soll ich die ablenken? Könnt ihr mir das mal sagen? Oh, oh, oh. Also ich könnte zur Mitte. Aber was mache ich dann? Theoretisch müsste ich mich links rum... ...schleichen. Jetzt kommt der natürlich gerade hier rum. Ich weiß auch nicht, ob die mich nur sehen, wenn die in meine Richtung gucken. Das ist das Problem. Jetzt geht der wieder. Jetzt kommt der andere runter. Wollt ihr mich jetzt veräppeln hier? Naja, kommt nicht runter. Okay. Also ich gehe mal stark davon aus, dass der... Also, dass ich links... Ich muss ja eigentlich rechts rum raus. Irgendwo da hinten. Da muss ich eigentlich raus. Aber ich schätze, dass ich wirklich über links dann da hin muss. Bleib los unten. Oh je, oh je. Ich weiß nicht, ob der nach ganz hier oben hochkommt. Scheiße, oh scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, 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 oh. Ich muss irgendwie nach links kommen. Ach du Scheiße. Ja, so kommst du raus. Wenn die dich nicht sehen, dann ja. Das stimmt. Okay, ähm... Geh zum Park, hat sie gesagt. Triff Tiny Dancer, hat sie gesagt. Blöd, blöd, blöd. Okay, da sind zwei Wachen. Jetzt bin ich doch wieder da, wo ich eben war, oder? Hä? Da hinten muss ich auf jeden Fall hin. Rechts steht eine Wache. Aber die bewegt sich anscheinend nicht. Wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin. Das würde ich gerne mal eben beobachten. Also der geht durch die Mitte. Guckt dann in meine Richtung. Die andere kommt aber runter. Das ist natürlich auch schlecht. Der guckt jetzt da in die andere Richtung. Und der geht wieder nach oben. Jetzt oder nie, würde ich sagen. Überwache! Enttäuschung, wer seid ich? Was? Das ist hinten durch, ne? Ja. Oh je. 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 Ja. Ich war hier. Genau. Ich bin gleich nicht mehr hier. Tschö. Scheiße. Hab ich zu früh gesagt. Ja. Würde ich sagen, ne. Kanalisation. Oh. oder AIM-Knast. Mach schon. Geht. Okay. Geh und dreh dich nicht um. Zumindest nicht zu mir. In die andere Richtung ist okay. Okay. Ah, lecker. Ja, wer wünscht sich nicht, einen Tag in der Kanalisation verbringen zu dürfen. Oh. Oh, oh. Kann sie hier hoch? Nee. Oh, lauf, 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 lauf. Oder matsch dich durch oder was auch immer. Oh, oh. Das Problem ist, dass ich da eigentlich hin muss, oder? Oh, 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 oh. Ähm. Eigentlich wollte ich heute keine Müllcontainer rumschieben. Ist aber nicht schlimm. Ich glaube, wir können hier raus. Ah. Ah. Was? Ob das Menschen sind? Ah. Kann ihre Arme strecken, um Hakenpunkte zu erreichen. Drücke in der Luft A. Drücke in der Luft A. Das ist alles, was ich missen muss. Okay. So, Moment. Wo müssen wir hin? Da oben? Was ist da? Ein Comic. Ja, warum sollte das auch nicht mitten in der Kanalisation liegen? Aber ich glaube, ich muss da hoch, ne? Ja. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Alles frei. Ja, dann. Raus mit dir. Vor allen Dingen schnell nach Hause, damit ich diesen Abschnitt nicht mehr machen muss. Oh. Okay. Das war's dann wohl. Okay.